Kapitel 2 Alte Stadt Boah, wir sind ohnmächtig geworden, aber wo sind wir hier überhaupt? Oh Gott, mein Kopf fühlt sich an, als wäre er geplatzt. Es ist das Stürmbad. Was? Das Sklavenstürmbad, das ich dir aufgerätzt habe. Das Ding ist von dir. Lass mich erklären. Nimm das Ding runter, oder ich rüste den Kopf ab. Nein. Nein? Klopfst du etwas, mach Wisse? Komato, stopp! Komato, geh weg von mir! Was, was ist denn da? Ich habe ein Sklavenstürmbad gehackt, damit ich es mit meiner Stimme aktivieren kann. Das löst eine systemische Schmerzreaktion aus. Das wird dann wie Sklaven kontrolliert. Kannst du nicht. Hört mein Herz auf zu schlagen, egal warum. Verpasst dir das Band eine tödliche Dosis. Wenn ich sterbe, stirbst du. Warum? Ich brauche deine Hilfe. Ich komme aus einem Windfahrer-Dorf, die ist bei 300 Meilen von hier. Alleine habe ich keine Chance. Ich bin die Sklavenhändler und Lenzen. Das ist der Deal. Bring mich zurück nach Hause, dann darfst du auch heim. Ich habe wohl keine andere Wahl. Haben wir beide nicht. Tut mir leid. Gehen wir. Kommando, bleib bei mir! Ja, da steckt Monkey mal so richtig tief in der Scheiße, sag ich mal. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass sie uns... Ja, noch mehr Scheiße... ...uns Einheims, sag ich mal. Und deine Stimme? Es ist, als wäre sie eben am Schädel drin. Ja, wir haben jetzt eine ständige Audio-Verbindung. Die Landung hat sich ganz schön mitgenommen. Ja, das würde ich auch mal sagen. Aber hier ist ja Energie. Und wir sind wieder komplett, sag ich mal. Aber ich muss ja eben kurz was gucken. Mache ich jetzt nur für euch. Na, so. Audio-Untertitel mache ich nämlich jetzt rein. So. So, falls ihr nichts verstehen könnt, denn das kann man hier teilweise echt nicht, habe ich für euch mal Untertitel reingepackt, weil ich habe ja schon im letzten Part darauf hingewiesen, dass, ähm... Ja, teilweise die, 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 äh... Dass man das leider nicht gepatcht hat, ähm, mit den... Gott, äh... Mit den Dialogen. Dass die teilweise viel zu leise sind. Und, äh, ja, das wollte ich eigentlich vermeiden. So, ähm... Ja, überhaupt. Herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Endslaved Odyssey to the West. Wir sind Monkey und, äh... Stinksauer. Und, äh, müssen Trip verfolgen. Oder, oder... Besser gesagt, sie beschützen. Die uns halt dieses Sklavenstirmband verpasst hat, um... Um, äh... Damit sie, äh... Damit wir hörig werden, sag ich mal. Und man kann... Ob es einsammeln... Ist doch egal. Das muss eine Art Sammelpunkt gewesen sein. Ist das der Ausgang? Das weiß doch nur der Gaia-Trip. Ich sammle erstmal Orbs ein. Die bringen nämlich im Laufe des Spiels ziemlich viel, wie ich finde. Ziemlich hilfreich. Und die sind massenweise überall versteckt. Teilweise ziemlich gut versteckt, wie ich finde. Aber, äh... Das ist ja eben das Schöne dabei. Man, äh... Verbringt doch auch einen gewissen Teil damit, äh... des Spiels, äh... Damit, äh... Die Orbs einzusammeln. Die halt eben versteckt sind. Oder besser gesagt, die Orbs zu suchen. Ich mach mal ganz kurz Pause. So, da bin ich wieder... Ich muss mir mal eben die Nase schnupfen. Und das, äh... Ich wollte nicht, dass der das auch hört. Ist ja albern. Ist ja albern, ist ja doch so. Ähm... Und ich sehe, da hinten sind noch Orbs. Wie komm ich denn da bitte dran? Wahrscheinlich hierher irgendwie. Ja. Und was haben wir denn da? Und da hinten sind auch Orbs. Ja, das meinte sie vorhin als Sammelpunkt. Aber scheiß auf den Sammelpunkt, ja. Unwichtig. Ja, mit den Orbs. Die sind viel wichtiger, finde ich. Ich kann es bezeugen, weil ich dieses Spiel schon durchgespielt habe. Und sie bringen wirklich sehr viel. Jetzt quasi noch gar nichts, aber später. So, weil ich nicht, weil ich da zeigen kann, wie ich die verwenden kann. Jetzt auf jeden Fall noch nicht. Und ich wollte gerade sagen, du musst doch da hochklettern, Monkey. Okay, so. Hier haben wir schon richtig schön viel Orbs. Ich hab gedacht, da hätten wir auch nochmal was. Aber hier sind nochmal welche. Oh, herren, die sterren damit. Ja, es gibt wahrscheinlich auch einen Erfolg dafür, wenn man alle Orbs ein... Moment. Nein. Teilweise vertut man sich, weil teilweise sind die auch sehr, sehr gut versteckt. Und ja. Wenn es dazu kommt, wenn ich die einsetzen kann, dann, äh, komme ich darauf zurück. Eigentlich habe ich Untertitel eingeschaltet. Oder ich den Untertitel ausgeschaltet. Jo, kann ich. Aber erstmal mache ich Untertitel rein. Das ist, äh, Quatsch. So, jetzt sollte eigentlich ein Untertitel drin sein, ähm... So, wir sollen da hinten hin. Also müssen wir erstmal hier hochklettern, Sir. Hi, hüpf. Und hi, hüpf. Moment. Da war noch was. Nein, geh nochmal zurück, Monkey. Achso, und Quatsch, ich komme auch von hier. Ich hab gedacht, ich hätte noch weiter was finden können. Egal, Sir. Ähm, ich wollte gerade sagen, hüpf da hin, äh, so, an die Stange. Und hier hüpf. So. Es kommt ein herrlicher Effekt. Das finde ich unglaublich toll gemacht, Sir. Und dann lassen wir die Brücke mal runter, damit sie auch drüber kann, Sir. Scheiße. Aus dem Weg. Und schon kommen wieder ein paar Mechs, die auf uns ausgesetzt sind. Um die kümmern wir uns mal, so, und verreckt, Sir. Batsch, Sir. Und du musst auch noch dran glauben. Du gehst mir auf den Sack, du blödes Teil. So. So. So, und das haben wir auch fertig gemacht. So. Ich bringe nochmal ein paar Tech-Obs. Ja, damit, Sir. Ach, guck mal. Du bist langsam, Mädchen, Sir. Jetzt mach ich das hier. Ja, komm doch auch. Durch könnten wir rauskommen. Ja. Warum zum Teufel ist hier kein Untertitel? Irgendwie ist das schon ganz schön doof. Moment mal. Hä? So. Jetzt sollte ein Untertitel drin sein. Meine Fresse. Ähm. Ops. Da vorne. Hol ich mir auch. So. Gesundheit gesammelt. Wundert euch nicht. Ich werde immer nach Orbs suchen. Oder besser gesagt immer nach Aufschau halten. Wunder damit. Hier was. Nee. Aber hier sind nochmal welche. Die hole ich mir. Na toll. Kannst du mir verraten, wie der Plan ist? Das nenne ich mal ein zerstörtes New York. Ich werde dich schnellstens nach Hause bringen, damit du mir dieses Ding vom Kopf nimmst und mich nicht umröten kann. Ich meinst erstens, was du hast. Das ist dann überhaupt der Wind, guck mal, ist das Kleinschein gestürzt. Als erstes gehen wir dort hin und gucken, ob meine Kiste den Absturz umgelegt hat. Wenn es nicht gibt, dann wird die einzige Wirklichkeit gebraucht, um das zu schaffen. Mit zwei Räder und ein Motorrad. Schau dir das mal an. Hier müssen tausende Menschen gelebt haben. Mehr. Zehntausende? Vielleicht. Betraue ich. Ach Gott. Was wohl aus ihnen geworden ist? Die sind alle tot. Nein. Alle nicht. Ähm. So. Gott. Monkey, was machst du für einen Rot? Ähm. Hier sind wieder ganz, ganz viele Orbs, die ich einsammeln kann. So. Die hier auch. Und hier. Und da sind auch nochmal welche. Ja, Augenblick Mädchen. Nein, die kann ich nicht zerstören. Oh, Monkey. Manchmal lässt er sich ein bisschen Blödes steuern, aber manchmal auch nicht. So. Erstmal Orbs einsammeln. Ich würde es gerne nämlich auch schaffen, alle zu finden, denn da kriegt man einen Erfolg für. Okay, jetzt können wir auch runtergehen. Denke ich. Ja. Ja, ja, wir können runtergehen. Hä? Oh. Ein Meg. Na toll. Ich muss ja irgendwie ausschalten. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ähm, nein. Okay, er steht da. Wachs. Wachs. Äh, wo bist du denn? Da steht er. Dann komm mal schön her, du. Scheiß Max, ja. Schön Tech Ops. Uah. Na toll, da kommen wir noch welche. Dann auch noch auf auf die. Nichts leichter als das. Immerhin haben wir ja schon gegen die gekämpft. So. So. Verreckt du blöde Drecksau. So. Und. So. Aber das waren noch nicht genug. Und da war es nur noch einer. So. So. Dann hätten sie vernichtet. Und da hätten sie vernichtet. Vernichtend geschlagen. Wenn wir das durchstehen wollen. Musst du, wenn ich dich um etwas bitte. Es auch erledigen. Und zwar sofort. Das meine ich mit aufploppender Grafik. Ähm. So. Wir sehen sie. Da steht sie. Und ich sammle erstmal die Ops, die sich da hinten irgendwo befinden sollten. Denke ich. Ja. Guck mal. Hier ganz viele. Ganz, ganz viele Ops. So. Was denn? Ja, ich weiß. Okay. So. Sie folgen auch, wenn ich Orbs sammle. Ah, Moment. Ich glaube, wir können da lang. Okay. Okay. Oakley, Doakley. Ähm. Bestimmt irgendwo noch Orbs. Denke ich mir mal. Hier drüben. Ja. Hier ist Energie. Äh. Das war es wohl. Dann Orbs. Egal. Ah, hier sind welche. So. Ah. Hier. So. Gehen wir mal weiter. So. Und hoch. Und hier sind nochmal wieder welche. So. Und stelle mich hier hin und mache an dieser Stelle erstmal wieder Schluss und sag bis zum nächsten Part, Leute. Also, ciao.